Hallo, mein Lieben Freunde! Alter Dicker, bring mich um. Sülze! Hallo, mein Lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Sülze. Wir spielen natürlich heute mal wieder Dead by Daylight in der vollen Besetzung. Alle am Start. Heute bin ich als Viper drin. Ich weiß nicht, ob Kalle heute in Demogoron spielen wird. Wäre natürlich sehr cool. Aber wir kommen direkt zur Community-Aktivierung. Aktiv! Danke, Kalle. Diesmal hast du es richtig gemacht. Und zwar gehen wir erstmal auf den Hashtag ein. Da habe ich nämlich ein wundervolles Bild rausgesucht. Ich weiß nicht, ihr habt es im Teamspeak schon offen? Ja, von Isho, Digga. Isho, Isho. Finde ich sehr, sehr cool geworden. Hat so ein bisschen Anime-Vibes für mich, aber finde ich ganz geil. Ja, ist richtig geil. Ich bin nicht mit drauf. Doch, doch. Du bist halt schatt im Hintergrund zu sehen, ganz klar. Nee, ich bin ein Stück Scheiße im Hintergrund. Nein, du bist der Typ. Du bist an der Schulter, siehst du? Ja, ist ein Stück Scheiße. Du bist so ein Gewächs. Aber wo ist deine Kappe? Da müssen wir jetzt Kritik äußern. Vor allem, sorry, Sterzig, bist du nur im Hintergrund zu sehen. Danke. Oh, Sterzig fehlt. Oh, kein Problem. Ich darf auch. Ich habe schon Papus-Kerzig vergessen. Papus richtig detailliert. Und Gnu im Hintergrund auch. Und Max links. Und alle dahinter. Häng mich doch wenigstens an den Haken. Er kann froh sein, dass es überhaupt einen Schatten von dem Internet gibt. Du hast ja recht. Aber Gnu sieht richtig traurig aus, Alter. Naja, sie sieht, dass du dir die Haare gefärbt hast. Ja, true. Ich habe eigentlich schwarze Haare. Das machen echt viel was falsch. Nee, ich sehe, dass du längere Fingernägel hast als ich und es brustet dich. Ja, habe ich aber gar nicht. Das ist das Gel-Nägel, damit Christo nicht mehr knurbert. Ja, die schmecken aber nicht so gut. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr geil. Gerne mehr Fernarzt, ihr wisst ja. Und auch gerne mehr E-Boy-Papo. Finde ich richtig nice. Halt. Und dann kommen wir natürlich zum Kommentar aus der letzten Folge. Das ist nämlich der hier. Und wir können eigentlich direkt reingehen in... Was fragt der Kommentar? Nein, den muss ich mir noch raussuchen, weil... Nein, 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 nein. Ich habe mir kombiniert. Die von der letzten... Ich reagiere da immer noch mal anders drauf. Ich bin raus. Ich bin raus. Es kommt dann einfach so ein Hardcut. Dann ist da so dieser Tweet und Christo daneben noch mal separat, wie er in eine Pfanne kotzt. Das mache ich safe. Er reagiert da noch mal anders drauf. Ich hoffe, es wird dich schoolen. Ich hoffe nicht, dass du wieder irgendein Offering dabei hast. Alter. Wer hat das Offering dabei? Ja, wer? Irgendwer ist so lost hier mit dem Offering. Ey, Max, ey, ich hasse dein Leben. Ey, ich habe kein Offering dabei. Wart mal, wer spielt Killer Kalle, ne? Killer Kalle, Digga. Oh, warte mal, er spielt Spirit? Spirit? Ist das ein neuer... Spirit, Digga? Sprit? Sprit, Digga. Wäre so ein Killer, der immer Benzin verschüttet und dann das anzunübten. Also er kommt wohl näher, ob ich sehen... Aiaia! Aiaia! Aiaiaia! Du bist ne gastige Hexe! Gastige Hobbit! Oh, Max, er ist bei dir. Schöner Weg für meinen Katana aus dem Arm. Echt! Aber du hast echt einen coolen Skin, Kalle. Das muss man dir lassen. Danke. Er ist ein Skin, Bro. Skin ist gleich Skin. Ja, er ist im Spirit Walk gewesen. Was heißt das? Er war unsichtbar. Mit einem Walkie-Talkie. Jaja. Er ist so am Walken. Aber wisst ihr, was mich mal richtig interessieren würde? Nein. Sieht die Community lieber Survivor-Runden oder lieber Killer-Runden? Ja, schreibt es in die Kommentare. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ja, aktiviert. Und malt ein schönes Bild dazu. Ich hab nicht mehr Rolf. Ich hab nicht mehr Rolf. Aber er war mir im Nackenhaar und am Atmen. Hi, Gnu. Hallo. Falsche Richtung, Kalle. Nee. Doch. Oh, scheiße, Digga. Weil Tannenzapfen. Ja, ja, ja. Lauf, Gnu, lau. Ich spiele heute auch mal ein ganz neues Bild mit ganz neuen Perks. Ich wurde übrigens gezwungen, damit das alle wissen, ich wurde gezwungen, Killer zu spielen, damit die Leute hier mal wieder gewinnen. Hä, das stimmt gar nicht. Doch. Ich hab dich nicht gezwungen. Ich hab gesagt, ich möchte nur nicht Killer spielen, es soll irgendwer anders spielen. Ja, ja. Hä, erst hast du gesagt, du spielst auf jeden Fall Killer, aber dann habe ich gesagt, du hast eben schon Killer gespielt. Aber ich wollte halt den, ich wollte halt den Demogorgon spielen und der war halt wieder disabled. Ach so, sag das doch. Ich hab gerade zweimal hintereinander großartiger Fähigkeitscheck, äh, geschafft. Ich hab keinen Beweis dafür. Doch, ich hab's nochmal geschafft. Nein, sag, sag bloß. Oh mein Gott, hat das schon mal jemand von mir geschafft? Ich hab fünf geschafft. Okay, wer holt das nochmal ein Maximum? Krass, ich nicht. Ich bin komplett am Anschauen mit dem Map. Na gut. Oh, da hat jemand verkackt? Nee. Doch. Nein. Doch. Ey, wo muss der Gashahn rein? Äh, unten unter der XY-Klappe. Nein, die 32er? Jao. Ich brauche noch 32er Knüsse. Jao, wahrscheinlich. Ey, ich hab letztens die Abaturen von meiner Dusche ausgetauscht. Habt ihr das schon mal gemacht? Nope. Oh, Gnu, du hast das Perk. Ey, denk unbedingt 2 und 3. Denkt unbedingt daran. Das ist nicht gut. Warum? Echt? Ja, ich find das nicht gut. Ich hör dir zu, Max. Max, das interessiert euch keinen. Danke. Naja. Also, also, ja, interessiert keinen. Mich interessiert's, Max, erzähl's. Das ist meine Aufnahme, es interessiert keinen. Oh, Fußspuren. Wie so ein harter Bengel, Papu. Eigentlich hätte ich jetzt den Gen of 99 lassen sollen, aber ich will die Points. Fokale, falsche Richtung. Schon wieder. Nee. Kann doch mal Genrush. Genrush! Ohne mich läuft's besser, ne? Ja, also, diese Mobbing-Runden hier mit mir als Killer, das ist auch kein Spaß. Wir machen einfach nur Drones. Ja. Pass auf, nächste Runde momben wir Max. Super. Ich glaube, das wird uns nicht gelingen. Glaubst du nicht? Nein. I don't wanna close my eyes. Ich liebe Klos. Und Fußbodenheizung. Also Halle, ich mach auch Totems, weil du hast bestimmt Haunted Grounds dabei. Ohne begehbare Dusche. Ja. Was ist das? Ja, wir werden jetzt alle one-hitted. Bis der Timer rechts abgelaufen ist. Super. Super. Das ist schön. Super. Einfach klasse. Alter, der Ton war Ehre. Du bist voll an mir vorbeigesprintet. Hast du es gesehen? Ja, ich hab dich gesehen, wie du da lang getippt bist. Er ist im Geist Walk. Spirit Walk of Doom. Das würde er doch nicht einfach so machen. Er ist mir am Raffi, 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 Raffi. Oh, das war nicht so gut. Sehr gut, Gru. Das sieht 1A aus. Du machst das top. 1A aus. Alter, übel gut. Ey, Kalle war auch mal schlechter. Ja, ja. Wo bist du? Aber wo ist denn Hanno hin? Bist du aufgestanden, du Affe? Bist du aufgestanden, du Affe? Ey, ich hab einfach meine Beine abgeschnitten, konnte ich wieder gehen auf meinen Händen. Ne, du liegst doch noch, oder? Nein, ich liege nicht, Digga. Ich liege gar nicht. Du liegst im Kindergarten-Paradies. Oh, du bist ja gar nicht gehealt, Max. Nö. Warum? Weil ich Spaß habe in dieser Runde und weil du gesagt hast, dass ich die Duscharmaturen deinstalliere, das interessiert Kalle. Und da war ich verletzt, Digga. Erzähl mal. Erzähl mal. Erzähl mal. Also, ihr braucht einen 32er Schraubenschlüssel und ganz wichtig, ihr müsst den Haupthahn abdrehen. Oh, jetzt hat der Kalle seine kleine Chancie gerochen, gell? Ja, ja. Du musst es abhauen, du musst es abhauen. Lauf, renn, nicht zu uns. Oh, 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 jetzt hab ich... Das waren meine Nägel. Das waren meine Nägel. Ah! Du musst jetzt sterben. Oh Gott, nein. Ich bin noch nicht vollgeheilt. Ihr kommt zu mir. Ich bin vollgeheilt. Ich liegt hinten in der Ecke. Nein! Rechts in der Ecke. Ja. Aber ich glaube, er macht den Geist-Walk. Nee, er macht keinen Geist-Walk. Es wäre so witzig, wäre ich jetzt nicht vollgeheilt. Er ist hinter dir. Er ist hinter dir. Ja. Christo, bist du es? Ja, ich bin vollgeheilt. Ich bin vollgeheilt. Super, dann machen wir jetzt einmal eine Runde. Oh, mit euch? Super. Ich bin geheilt. Nein! Ey, er nimmt mich... Er schnappt mich. Äh... Ja, ja. Stattet ihr euch alle gleichzeitig, aber... War auch knapp. Ey, nicht in den Keller, Kalle. Du weißt, ich mag Keller nicht. Nicht in den Keller. Wegen den Spinnen. Ey, da sind ja ein Weber-Knecht. Er ist wieder Keller-Kanne. Ey, ich habe Kinder als Trauma. Digga. Kalle, kannst du mich mal... Oh nein, 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 nein. Ein Weber-Knecht. Nein, 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 hör auf! Hör doch auf, Gnu! Lass es! Das macht gar nichts, Alter! Oh! Hä? Nu war auf einmal weg? Nu? Ja. Okay. Bei mir war sie im Tails auf einmal weg. Nö. Das war übrigens nur Spaß. Ich hatte keinen Bock mehr. Na, es war nur Spaß. Also es war wirklich Spaß. Hey, was will er? So, ihr könnt euch unterhalten, ihr beiden. Ja, erzähl mir mal. Also, ich habe letztlich Armaturen aus der Dusche ausgetauscht. Das Ding ist, Tamina hat da so einen Filter geholt, dass das Wasser nicht so kalthaltig ist. Ja. Aber da hat sie leider den, ähm, Hahnadapter, der Hahnadapter vom Duschhahn, den hat sie leider total ausgenudelt. Und er ging da nicht mal rein, ne? Ja, aber dieser Hahnadapter, meistens gibt's den nur mit der Armatur zusammen. Das ist sehr bitter. Genau. Das muss ich schon sagen. Eben. So. Was machst du? Lauf um dein Leben. Nein. Mir ist nichts zu helfen. Der Hahnadapter, den gab's nicht nachzubestellen. Auch nicht. Ich war bei Obi, ich war bei Bauhaus. Oh, Spirit Fury, Digga! Ja! Und als ich bei Bauhaus war, habe ich an der Kasse bemerkt, dass ich mein Portemonnaie vergessen hatte. Ey, es war einfach nur so ein Scheiß. Irgendwann, ich hatte Urlaub. Das ist gelade, Junge! Voilà! Voilà! Dies ist gelade! Wala! Wala! Einfach der Anfall. Das heißt, eure Dusche geht nicht mehr jetzt, oder wie? Ah! Ich zieh! Ich zieh! So! Ey, nicht wieder! Ey, die Weberknecht, die sind immer noch da! Kalle! Lass es! Kalle! Lass es! Die Weberknecht! Ey, nein! Da ist keiner! Ey, tu die weg von der Schulter! Ey, boah! Ey, ne! Jetzt kommt der ran! Macht denn einer von euch grad'n Jen? Nein, wer denn? Der Jen ist über mir. Niemand kann grad'n Jen. Über dir ist'n Jen? Mhm. Okay. Dann hätte ich fast fertig bekommen. Aber dann sind viele dumme Dinge geschehen. Ja, ihr habt ja Zeit. Ich glaub, Kalle hat grad irgendwo in die Luft geschlagen. Ich hab' den ganz weit weggesehen. Wie der irgendwie hinter der Hütte umgegengeschlagen hat. Ja. Oder war da wer? Nö. Okay, wer holt Hanno? Wer holt Hanno? Wer holt Hanno? Du am besten. Okay. Hey, jetzt hat's Kalle gehört. Ihr seid so dumm. Dann laufst du los. Hey, Kalle, hör mal weg. Hey, Kalle, hör mal weg. Hey, Kalle, hör mal weg. So. Gut, also das Ding ist... Hallo. Ja, Kno hat leider halt sich angeschlichen. Nein, Digga. Oh nein. Du bist doch tot, Max, ey. Ja, das reicht. Leider mein Fehler. Ich hab' vergessen, dass ich keinen Borrowed Time hab. Das tut mir echt leid, ey. Ja, ist schon ärgerlich. Hä? Papu, Lü. Hä? Wo ist er hin? Ey, voll ins Arschloch. Ey, voll ins Arschloch. Ey, voll ins Arschloch. Wie die Emotionslust. Ey, voll ins Arschloch. Ey, voll ins Arschloch, hä? Ey, ich bin bisher jede Runde als Erster gestorben. Das Spiel macht so Spaß. Das war aber echt mein Bad. Ich spiel sonst immer Borrowed Time. Nein, war mein Fehler, ey. Da muss ich einfach sagen, nein, lass es. Dead by Cocklight. Na, hör mal. Hey, jetzt wird das Video gestrikt. Cock im Asslight, Digga. Bei mm. Digga, mm. Kalle ist im Spirit Walk. Ich hoffe, ihr sterbt alle. Also im Game natürlich. Ja Leute, schreibt mal in den Chat, ob ihr es gut findet, wie ich Max verkauft habe oder nicht. In den Chat vor allem, ne? Geil. Ja, hast du dafür Geld bekommen? Ich bezahl doppelt. Das machst du doch nicht. Ach, Kalli, wer ist es? Wir haben mir 50 Sub-Gifts versprochen. Kalli, du bist doch nicht so einer. Doch, Kalli. Ich bin so einer. Nein, du bist nicht so einer. Kalle! Nein, Splitt ist im Ausgang! Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Sorry, sorry, sorry. Alles gut, ich piep's nicht raus. Oh, Gott. Oh, F. Oh, Gott. Oh, oh, oh. Seid ihr einfach rausgekommen, ihr seid nix. Na klar. Hä? Wenn, dann sind wir axt. Ich geh jetzt auch. Ich geh jetzt auch. Tschüss. Was? Nein. Mann. Immerhin hast du Henno geholt. War noch voll okay, Kalle. Du hast da noch das Beste draus gemacht. Also wir haben das halt fast getroffen. Im ersten Gents habt ihr mich so nass gemacht. Oh, da sind deine kleinen Nippeln steif geworden. Also ich würde sagen, eine Runde geht noch, oder? Nee, weißt du? Wir sind jetzt bei 14 Minuten. Ja, doch, Kalle, komm. Ja, also Kalle, ganz ehrlich. Ich spiel jetzt Killer. Ich spiel jetzt Killer. Jetzt war's das mit euch. Ich mach ne schnelle Runde. Tamina hat nen neuen Hahn gekauft vom Bauhaus. Die haben dir erstmal nen Fallschuh verkauft. Nämlich, der ist nur für Dusche. Der hat nicht noch so nen extra Hahn für die Wanne. Wisst ihr? Ja. Naja, aber ich bin ja Geringverdiener. Ich hab ne Wannendusche. Keine begehbare. Warum lachst du? Das ist lustig. Kannst du auch ins Lach bitte? Keine Ahnung. Nein, aber funny. Ich fühl mich hier nicht mehr so wohl wie früher. Jetzt hat der noch Corrupting Intervention. Der zieht die Folge künstlich in die Länge. Ey, sorry, aber ich versuch halt gut zu spielen. Nein, versuchen wir nicht. Du versuchst uns abzufucken. Das ist ein einziges Ziel, du Arschloch. Das stimmt, das stimmt. Na, 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 Jungs. Du Arschloch. Du Arschloch. Jetzt bleib dir mal ganz ruhig hier, ne? Nein! Was ist denn das für ein Benehmen? Du Arschloch! Ach du, what? Wen spielt der denn? Oh, hallo. Er spielt wirklich einen Arschloch. Die Nurse, digga. Ey, die kann. Aber er hat mich verkackt. Aber weißt du schon, ob er durch Wende porten kann? Ob er den Kirk, ey, das Dings hat? Naja, ich kann nicht Wende porten, digga. Naja. Schmerzt du? Der hat das aufgenommen und zweimal gegen mich richtig verkackt gerade. Aber richtig. Naja, ja, ich hab einmal, einmal hab ich mies verkackt. Junge, ich war am Gen, du hast mich nicht getroffen. Oh, ich hab dich auch nicht getroffen. Das wird ne lange Runde. Das ist natürlich bitter. Hallo! In den Keller. Voila. And this is crazy. Voila. So here's my number. Don't call me Bobby. Maybe, maybe. Hä, wo ist der hin? Boah, Alter, die lachen. Also, ich hab Papu gerade so rektal genommen. Ey, das war wirklich nicht in Ottung, Max. In Ottung. Ey, ich hab nicht mehr Ruf. Bei allem L. Ey. Ich hab echt nicht mehr Ruf. Ey, doch, ich hab Ruf. Ey, er schreit schon wieder. Ey, wer bei A sagt. Ich muss auch bei B sagen. Ne Gnu? Ja. Oder Gnuchchen? Ich hab nicht mehr Ruf. Hallo. Ach, herrje, Mini. Da hab ich dich. Ja, hat sich leider nicht jemand gemacht. Oh, hallo. Da hab ich dich direkt gegriffen. Gut gemacht. Danke. Lass mich das bitte fertig machen. Nee, auf gar keinen Fall. Du trollst schon wieder rein. Das reicht mir jetzt mit dir. Ich trete da jetzt gegen, ne? Hä, was schreit Christo jetzt? Sorry. Ja, ich muss das glaub ich muten im Video dann. It's not a medic Monday. Vorsicht. Die Olle kommt raus, Leute. Oh nein. Das war jetzt blöd. Alter, der schreit einfach fucking irre. Also das ist... Hä? Hä? Weil du verletzt warst schon die ganze Zeit. Hä? Hä? Was macht ihr? Der hat sich vom Anabler. Ich hab das voll vergessen, dass ich verletzt war. Oh mein Gott. Ich darf ja schon. Du rennst die ganze Zeit rum so. Oh Mann ey. Ja. Die Sülze. Professionelle DVD-Spieler, Digga. Jo, ich hab dich zweimal eben so getrugt. Du hast da voll Wasser gelassen aus dem Arsch. Ihr habt voll gegen dieses Ding gegengeschlagen. Das hat voll weh. So. Wo kommst du jetzt? Also... Du spielst aber auch nur die ganze Zeit mit diesen Haken, ne? Ja. Ja, das sind die besseren. Max? So. Ich hab Rolf. Kommuniziert? Okay. Er campt mich. Ja, aber wieso Papo? Das ist doch scheiße. Ich hab dich ja da hinlaufen sehen. Ja ne, ich bin von oben gekommen. Komm raus. Also das war einfach nur campen. Das war ehrenlos. Das war überhaupt nicht ehrenlos. Das war ehrenlos. Passt du Papo? Passt du Papo? Kommen wir hinten alle rein. Ich hab leider... Okay. Ich hab leider den... Schreibt's in die Kommentare. Ich hab leider ein Item vergessen. Das ist richtig scheiße. Hey, warum bist du tot genug? Warum bist du tot genug? Hä? 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 Wieso? Hä? Kannst du? Hä? Ich sag das doch! Ey, ich suche hier Wollen. Sie sich nur neben uns? Hä? 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 Äh, warum bist du jetzt tot genug, Hä? 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 Hä, wieso häng ich am Haken? Ich hab ja aufgehangen, Kalle. Ach, du hattest nichts mehr. Oh shit. Ja und nu? Es tut mir leid, Kno. Hätte ich gewusst, dass du dann tot bist. Ey, es tut dir gar nicht leid. Doch, es tut mir wirklich leid. Doch, doch. Wirklich. Ich werde dich heute Abend an die Spinne verkaufen. Ach danke. Bitte. Ich müsste halt... Ah, geil. Alter, stärzig. Ihr müsst, wenn ihr hört, ihr holt so aus, dann müsst ihr einfach Richtung wechseln, ist doch klar. Aber ich hab Tinkerer dabei, Digga. Ja, das wissen die ja nicht, dass ich zu denen komme. Jun, ist das dein neuer Lieblings-Perk, du? Ja, es macht übel Spaß. Ey, Kalle hör mal auf, hör mal auf. Mach weiter, mach weiter. Hey, bist du dumm? Mach doch nichts. Ey, er hebt stärzig nicht auf. Doch, jetzt. Voll aufgehangen, genagelt. Ey, ja, Tinker, ne? Wenn du bei 75% bist, Digga. Ne, bei 70%, glaub ich, oder? Ey, pass einfach auf. Pass auf, pass auf, oder mach weiter. Digga, wir haben noch nicht einen. Noch nicht einen. Einen gehen. Hm. Aua, scheiße. Da hab ich mich verkackt. Er klickt. Wer ist denn da hinterm Busch eigentlich? Daneben! Beim nächsten Mal krieg ich dich, Kalle. Nee. Na gut. Dann nicht. Ey, ich werd sowas von den meisten Points haben, Digga. Okay, super. Super, dass du's sagst. Ey, bleib doch stehen, du Merde, ey. Ja, hast du nicht. Das ist mir hier eingesperrt. Im Keller, wa? Überraschung! Ja, hier, ich glaub ich bin tot. Surprise! Ja, hol nicht rum jetzt. Surprise! Da hast du dir jetzt noch eine zweite Runde gemacht, nur um sein Ego zu pushen, weißt du? Ja, sorry, aber ich wollte auch noch eine Runde gewinnen. Hä? Warum ist Kalle tot? Hä, Kalle ist tot? Ja, Kalle wusste ich, dass er tot ist. Digga. Okay, ich hab gecheatet. Haha, du verlierst. Äh, Lahn, Digga, mach nicht so. Du verlierst. Warum redet ihr nicht? I don't wanna close my eyes. I don't wanna mirror us like you. I wanna misslea us in there one day's the baby. I don't wanna miss a thing. Stärzig! Warum will er auf Stärzig? Ey, er ist so ein Arschloch. Voll weit weg, der Typ labert dumme Mist. Versprochen. Na gut. Ey, Stärzig bitte. Hör auf, dich hitten zu lassen. Lass, lass es doch einfach mal. Hast du recht. Junge, Kalle, du hast ja nix geschafft. Ja, hab ich auch nicht. Hab ich dich gepunst. Oh, das wäre so clean gewesen, ne, aber dann hab ich doch nicht gehen gemacht. ich hab kein bauch mehr immer diesen ja ich verstehe das ok mr mr arschloch mr mr du arschloch er magst du darfst die luke nehmen weil ich dich letzte runde getötet habe was aber ich suche sie mit dir denn ich bin ein netter killer ich muss hier dir den rücken ich hab sie sogar gefunden max cool ist hinten auf der map okay dann komme ich da jetzt vorbei also siehst du den krankenwagen welchen der auf der straße ja dann sehe ich geht dann kommen dahin sagt bitte bitte jetzt auf arabisch merci annes ist es ist französisch bedanken aber ist auch fertische danke aber knapp daneben manchmal denke ich max ist professor angewandte psychologie ich komme zum erster hilfewagen okay nachdem du auf arabisch bitte gesagt hast warte kurz wo ist mein handy ok google ok google was heißt bitte auf arabisch das war russland nein das war also max ich warte immer noch auf deinen körper also ich muss wirklich gleich zum zug also ich meins ernst ja dann kannst du ja gleich dahin gehen ja kommst du jetzt ich habe rascher gesagt ich will nicht die raben machen geräusche wusstest du das nicht welche raben die über deinem kopf liegen wenn du dich lange nicht bewegst dann kriegst du raben über den kopf und die machen explosion für den killer das ist ja langweilig das nennt man anti-campen ja das ist gut immerhin hast du diese runde nicht gecampt ich bin wieder da hä kannst du unsichtbar machen ne ich kann zweimal porten mit meinem port skill leute sagt am ende der wunde das ist so kein bro ja leute wenn es euch gefallen lasst ein like da guckt gerne morgen mein kalle vorbei da gibt es auch eine folge die 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 nächste woche bin ich im urlaub da müssen wir gucken was als ersatz passiert ob ich dann ersetzt werde vermutlich zu viel was machen schaut auf jeden fall mal vorbei und wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen nachmittag ne tschüssi kowski tschüssi kowski tschüssi kowski tschüssi 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 tschüssi